Ich werde jetzt so tun, als würde ich die Kamera neu gesehen haben, dann laufe ich zur Kamera, ist das okay? Okay. War das gut gespielt? Yo, Toast, Freunde, was ist das? Willkommen auf mein erneutiges Video auf meinem Kanal. Mein erstes YouTube-Gehalt ist da. Da dachte ich mir, kauf meine Mutter ein Geschenk. Gut, mein erstes YouTube-Gehalt ist da. Ich schaue mal, was es hier so gibt. Wenn ihr mehr solche liebevollen Videos sehen wollt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Macht es alles nur für meine Weiber in der Community, dass sie sehen, wow, okay, ich bin voll der Süße. Ja komm, dann machst du so Swamotion-Effekt, während du so läufst. Komm, lauf. Lass mich so cool laufen, Bro. Ich muss so scheißen. Ey, da ist jemand, muss das Heftchen vergessen. Eine Ewigkeit später. Bin ja ver- Was, wer, was, wer, was läuft. Wir machen jetzt ein Prank gegen dich. Lass aber weglaufen. Lass da Kamera nehmen, lass aber selber filmen. Lass einfach mal weggehen von Bünni kommen. Kommt, Leute, ich nehme euch mit. Kommt, Leute. Und jetzt machst du, ich schaue jetzt Bünni, wenn du das siehst, jetzt bei Bearbeiten, du machst jetzt so. Du, du filmst, also Udem, du filmst mich jetzt und Engin. Und dann hast du auch Slow-Mansch machen, wie wir filmen. Ich hab noch nie solche Hunde wie euch gesehen. Ich bin jetzt auf die Tür gehen, Digga, ohne dass ich keine Faxen schiebt. Oh, wir haben jetzt in zehn Minuten aufgelaufen. Ich weiß nicht, was meine Mutter kaufen soll. Bro, ich geh jedes Mal... Ich hab mir auf den Hacken. Nein, nein, die Wagen kann man anlaufen. Bündner euch rein und ein paar Filme an, es geht jetzt nicht. Ihr wollt schon mal wissen, was ein YouTuber verdient? Geh ich, zeig euch. Gleich kommt mein wohlverdientes Geld aus YouTube. Zeig euch. So viel *** aus dem Haus, wo es rausgeht. Das war cringe. Mach das nie wieder, Bro. Freunde, in den ersten Abend, wo wir reingehen, ist erstmal Swarovski. Ich glaub, ich kauf hier einfach mal irgendeine Kette oder so. Was soll ich meiner Mutter kaufen? Bro, bist du was zu übertrieben? Ja. Bro, ich will das haben, Mann. Was ist denn die Lieblingsfarbe von deiner Mutter, Bro? Weißt du die Lieblingsfarbe von deiner Mutter? Weißt du die Lieblingsfarbe von deiner Mutter? Lila. Soll ich hier lieber grün kaufen oder blau kaufen? Blau, Bro. Das passt für die schön blauen Augen. Bro, die wird auch Armband tragen und so. Ich weiß nicht, was ich kaufen soll, Freunde. Ich will die Kette haben, nicht schön. Uri, was würdest du holen? Soll ich mal, wie gesagt, Halskette. Ja, schau lieber vielleicht bei anderen Leben. Was machen wir? Soll ich nach woanders schauen oder hier kaufen? Soll ich kurz nach woanders schauen oder hier kaufen? Das war mal warm. Das ist auch schon gut. Ich hab ehrlich gesagt gar keinen Bock so viel zu schauen, Alter. Das grüne war echt schön, aber ich glaube, war auch schön, Alter. Abonniert mich auf jeden Fall nochmal. Wann willst du die Bezahlung haben? Als Kameramann die 2,50 spät, oder? Wann willst du die Bezahlung haben? Na? Komm mal kurz, ich muss auch in der Kleine fällen. Hier kriegt schon jeden Tag was von mir, Digga. Ich krieg mit den Scheißmasken keine Luft. Wann? 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 Wir haben auf jeden Fall was gefunden? Ich kopf einmal das da. Wir zeigen euch das Armband. Ganz rechts, genau. Was sagt ihr, ist ne gute Auswahl, oder? Doch, Digga. Achso, ich wollte das Armband haben. Das Armband hab ich auch. Okay und die Kette wollte ich haben. Mit der Kette dann? Oh, die Kette, dann. Alles klar, dann hab ich auch die Kette für den geben. Okay. Freunde, wir bekommen einfach noch die letzte Kette. Das passt, Freunde. Boi. Jagen, 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 schnell, kurz jagen, jagen, jagen. Er hat ihm einen Nackenschein gegeben, ganz City Galerie, da wo wir sind, hat gelacht, Digga. Er wird genau den hier bringen. Er läuft, er läuft. Er sagt, hey, was machst du, Mann? Genau das wird er machen. Nichts anderes. Genau so. So, jetzt kommen die Best Bros wieder. Ich hab grad auf jeden Fall das Armband und die Halskette gekauft. Das war auf jeden Fall mein erstes YouTube-Gehalt, hab sogar ein bisschen mehr drauf gezahlt. Ich mach das Ganze nur, weil es mir sehr viel Spaß macht, euch zu unterhalten. Da ich noch sonst arbeite, brauch ich das Geld nicht. Da gebe ich lieber Menschen, die ich über alles liebe. Was geht's, Leute? Ich bin hier mit dem Bünni und wir waren in der City Galerie, hab ich schön gegessen. Weißt du, was machen wir? Du. Oh, der hat ja noch einen Nacken schenkt. Oh, der hat ja noch einen Nacken schenkt. Der Warte, Mann. Was mach ich schlau? Ich schlau, meine Mutter sag ich wirklich. Jetzt was? 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 Und was? Jetzt was? Halt's Maul, Digga. Oh, du hast das für einen Nackenstellen, Digga. Oh, du, was das für ein Nackenstellen, Digga. Oh, du, oh, du. Sippschaft, amana, schacht. Ich nehme euch auf jeden Fall wieder mit, wenn ich bei meiner Mutter bin. Das wird entweder heute sein, dass ihr das Geschenk überreicht oder morgen. Ich weiß es noch nicht. Freunde, auf jeden Fall, wenn ihr ein bisschen beiseite habt, versucht euren Eltern zu helfen. Macht ihnen eine Freude. Euer Bühne. Und wenn ihr auf jeden Fall mehr solche Videos sehen wollt, dann gebt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Euer Bühne. Macht es gut. Peace. Ich habe nicht mehr so viel Akku. Und zwar meine Mutter ist bei ihrer Freundin. Ich hole sie jetzt auf jeden Fall ab. Ich habe sie gestern nicht mehr gegeben, weil es gestern echt spät wurde, als ich nach Hause kam und alles. Ich habe einfach auf den besseren Moment gewartet. Und jetzt ist es eben so weit, dass ich mir die Frühstücken gehe. Die Kamera platziere ich dann da hinten. Oh, teşekkür ederim. Dankeschön. Dankeschön. Ich hab die richtige Richtung. Und er hat mir wohl gesagt. Ich hab meine anasakulter. Güzell. Güzell. Ich bin sehr gut. Ich bin so wirklich auf dem. Ich bin so falsch. Aber ich bin so auf. Ich bin so leicht. Ich bin so gut. Ich bin YouTube-Bürohr, ich habe mir einen guten Tag. Ich bin sehr schön. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr schön. Ich bin sehr schön. Tutto ihr? Ich bin sehr gut und fearsome. Mödenник